Ja, das ist der andere erstmal Feind und alleine deswegen solltest du Politik und Moral nicht vermischen. Verstehe, verstehe. Absolut sinnvoll argumentiert, ja. Ein gerechter Krieg ist ein besonders brutaler Krieg. Haha, ja. Uh, uh. Im Anbetracht der aktuellen Konfliktsituation in der Ukraine, ja, trifft es auf jeden Fall auch nochmal sehr stark zu. Ja, da wird uns doch auch erzählt. Also das ist ein sehr gutes Beispiel. In der Ukraine, da wird uns ja auch erzählt, es geht um die Freiheit, um die Demokratie, um die, also es wird riesig moralisch aufgeladen. Ja. Anstatt, dass man einfach einen Kompromissfrieden verhandelt, der, wenn man sich die Situation realistisch anschaut, sowieso alternativlos ist. Beziehungsweise eine Alternative gäbe es und das wäre ein russischer Sieg. Also die Ukraine blutet immer weiter aus, die jüngste Mobilisierung ist komplett gescheitert, die russische Armee rückt immer weiter vor, die ukrainische Armee, also es befindet sich in einer katastrophalen Situation und ja, es, ähm, Salushni wurde ja vor kurzem entlassen, weil er, ähm, weil er nicht mehr komplett auf Selenskyj gehört hat. Also Selenskyj hat nicht mal mehr den Rückhalt der Armee und ja, jetzt gibt es eigentlich keine Art... Salushnij war der Befehlshaber, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt hat Selenskyj jemanden, der ihm treuer ist, da eingesetzt, der einen Ruf dafür hat, dass er Soldaten in sinnlosen Schlachten verheizt, um halt irgendwelche politischen Symbolsiege zu erreichen. Also der Krieg, der ist für die Ukraine, also das Beste, was sie noch herausholen kann, ist ein Kompromissfrieden und das, was immer wahrscheinlicher wird, je länger er dauert, das ist eine krachende Niederlage. Und jetzt gibt es hier einige Kriegstreiber, die wollen Taurus in die Ukraine liefern, den Krieg nach Russland tragen, oder hatten sie am Anfang gesagt, NATO-Soldaten in die Ukraine schicken. Also da hatte Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz schon gesagt, ja, der Vorschlag ist ein bisschen kühn, aber nicht falsch. Also da gibt es auch in Deutschland schon Erste, die sich raustrauen. Es ist der Wahnsinn. Was will man damit erreichen? Russland zu schwächen. Das ist das ganz rationale Interesse daran. Also die BRICS, die steigen gerade auf und der Westen, der steigt relativ gesehen dazu ab. Und jetzt versucht man, Russland zu schwächen, um China halt einen wichtigen Verbündeten für den kommenden, auf jeden Fall kommenden Krieg mit China wegzuhauen. Ja, also habe ich heute auch erst herausgefunden, die BRICS-Staaten sind Brasilien, Indien, Russland und China. In Südafrika, ja. Genau, in Südafrika. Und das hat Putin heute auch in seiner Rede gesagt, dass die BRICS-Staaten mittlerweile die westlichen Staaten, also die G7 an Kaufkraft überholt hätten. Dass die G7 mit 30, irgendwas Prozent und die BRICS jetzt mit 31,5 dastehen. Das ist auch natürlich eine interessante Perspektive, warum man gerade jetzt versucht, Russland finanziell so nackt wie möglich zu machen. Ich denke mir halt so, aus einer Perspektive von jemandem, der absolut keinen Plan von der ganzen Geschichte hat. Was soll denn passieren? Soll Russland sich hinstellen und irgendwann einfach sagen, so, ich geh jetzt, weil kein Bock mehr oder was, oder keine Ahnung, ich seh das jetzt nicht mehr ein. Wie würde denn Putin das vor seiner eigenen Bevölkerung verkaufen? Ich hab hier, keine Ahnung, 100.000 oder was auch immer die Todeszahlen sind, ist eigentlich scheißegal, eine irrational große Menge an Leben geopfert. Für einen Konflikt, der kein Ergebnis brachte, der uns Unmengen an Geld gekostet hat, unsere, sag ich mal, soziale Position mit dem Besten komplett kaputt gemacht hat. Was denken die denn, wie Putin versucht, aus dem Konflikt rauszukommen? Und wenn du dann, sag ich mal, Putin so militärisch in die Enge treibst, dass er nicht mehr weiter wissen würde, als irgendwie die größeren Kaliber aus dem Schrank zu holen, das riskiert man ja gerade aktuell. Oder bin ich da jetzt falsch? Ja, der Krieg läuft ja für Russland gerade gar nicht schlecht. Also, wie gesagt, die Position der Ukraine verschlechtert sich immer mehr. Da kann der Westen noch so viele Waffen schicken, wenn es keine Soldaten in der Ukraine gibt, um die zu bedienen, weil das ukrainische Militär einfach ausblutet, weil die Ukraine viel schneller ausblutet als Russland vor allen Dingen. Dann nützen einem die modernsten, besten Waffen nichts. Deswegen ist auch der Ruf groß nach NATO-Soldaten, weil man einfach zu wenig Personal besitzt, verstehe. Weil das nicht mehr lange gut geht. Also, das ukrainische Militär, das wird schon immer weiter zurückgedrängt. Ja. Also, ich persönlich sage ja lieber, 100 Tage schlecht verhandelt als einen Tag geschossen. Ich finde, die Forderung nach Friedensverhandlungen, die schreit eigentlich gegen den Himmel so. Ja, und das Ding ist, es lag schon ein fast fertig unterschriebener Friedensvertrag auf dem Tisch. Also, Russland hat das mittlerweile bestätigt, der ukrainische Chefunterhändler hat es bestätigt. Man hatte einen Friedensvertrag. Boris Johnson war es, ne? Ja, Boris Johnson ist nach Frieden gefahren und gesagt, der Westen ist noch nicht bereit für Frieden. Also, zwei Argumente. Das eine, ja, ihr könnt den Krieg gewinnen und wir liefern euch alle Waffen und alles Geld, was ihr braucht. Und das zweite, Russland, das Verbrecher, den kann man sowieso nicht glauben. Es ist so gestört. Vor allem, ich meine, die Motive dahinter sind ja, wie du schon sagtest, klar, Russland zu schwächen. Und ich denke mir halt auch immer, das sind halt Rüstungsunternehmen. Ich möchte es auch bitte Waffenhändler nennen, weil Rüstungsunternehmen klingt für mich zu defensiv und zu pazifistisch und zu beschönigen. Das sind Waffenhändler, die noch so viele alten Waffen, Munition, Panzer, was auch immer rumliegen haben, die alle in irgendwelchen Lagern irgendwelche Lagerkosten wegnehmen, die verheizt werden müssen. Der europäische Steuerzahler darf davon so unfassbar viel kaufen und das Geld einfach übernehmen, weil wer kauft denn diese Waffen? Erklär es mir. Wir als Steuerzahler kaufen noch diese Waffen. Also wenn ich da richtig liege, ist Deutschland der stärkste oder der zweitstärkste Beteiligte von der finanziellen Geldmenge, wenn es um die Waffenlieferung geht? Satz 2 hinter den USA, ja. Ja, und wir persönlich bezahlen, also unser Land bezahlt und dann nochmal bezahlen wir in einen Fonds ein bei der EU, der dann auch nochmal Waffen kauft, wenn ich das richtig sehe. In einer Zeit, wo es unserer Pflege scheiße geht, wo es unserem Sozialstaat scheiße geht, wo es unserem Gesundheitssystem scheiße geht, unserem ÖPNV, soll ich weitermachen? Den brauchst du, glaube ich. Dann denke ich mir halt, für wen regiert ihr so? Für die Waffenhändler oder für uns? Vor allem, wo gehen die Waffen hin? Das Pentagon, das hat jetzt mal eine Überprüfung gemacht, wo sind eigentlich die Waffen, die wir an die Ukraine geliefert haben? 59 Prozent, unauffindbar. Das heißt, man nur... Ja, also wenn moderne Javelin-Raketen oder so dann in ein paar Jahren bei irgendwelchen Bürgerkriegen im Nahen Osten auftauchen oder in Afrika... Ich nix wissen. ...wissen wir schon mal, woher die kommen. Der Jemen hat jetzt schon richtig schlechte Laune. Es ist Wahnsinn. Vor allem, du musst dir überlegen, aus welcher Quelle das stammt, vom Pentagon, ne? Und wenn das Pentagon schon sagt, die eigentlich ein Interesse daran haben an der ganzen Geschichte, ne? Oder denkst du jetzt hier, dass das Pentagon sich jetzt auch dagegen stellt, weil es im Volk jetzt die... so ein bisschen so das Ding vernimmt von wegen... Ah, die haben auch nicht mehr so Lust. Das Ding ist, es berichtet ja keiner drüber. Münchner Merkur hatte, glaube ich, einen Artikel unter Antispiegel. Sonst habe ich keinen mitbekommen, der darüber berichtet hat. Das ist auch eine gute Frage, die ich dir schon stellen wollte. Du bist derartig zugeschissen mit Infos. Hast du da irgendwie so einen Ticker oder irgendwas, wo du das mitbekommst? Oder liest du wirklich den ganzen Tag? Nee, ich war gerade viel mit Unikram beschäftigt, habe gelernt. Und nebenbei habe ich halt Podcasts gehört. Also ein bisschen abzulenken. Also sowas wie diese Sendung Tacheles vom Antispiegel, die hatte ich gehört. Da hatten die den Bericht. Und wie gesagt, dann hatte ich nochmal gegoogelt, welche normale Zeitung berichtet denn darüber. Das war, glaube ich, Münchner Merkur. Tacheles, Antispiegel, Münchner Merkur. Mein Vater sagte schon zu mir sein... Ja, Münchner Merkur ist mainstream. Das ist keine sonderlich gute Zeitung. Ich hatte mich gewundert, dass die da einen Artikel drüber hatten. Das ist schon komisch, ne? Vielleicht, als ob sie den Wind riechen würden. Wie stehen denn unsere... Also wie gesagt, ich bin da nicht so wirklich drin. Wie stehen denn eigentlich unsere Parteien zu der ganzen Kriegsgeschichte? Ich meine, die Ampel möchte Waffenlieferung, das ist klar. Die CDU noch mehr. Die CDU noch mehr, genau. Ich meine, Kiesewetter stellt sich zur Welt hin und sagt, wir müssen diesen Krieg eskalieren. Let's go. Die AfD hat da, glaube ich, eher so pazifistisch ansitzend. Und BASW ist auch dagegen. Und BASW ist auch dagegen. Also, weiß man ja, wo man das Kreuz bei der nächsten Wahl machen muss, ne? Ja, aber die AfD, das ist interessant. Die haben vor kurzem jetzt für so einen Bundeswehreinsatz im Roten Meer gestimmt. Also da, wo wir unsere Fregatta Hessen hingeschickt haben, die hat da erstmal versucht, auf eine US-Drohne zu schießen, weil die nicht richtig erkannt haben, welche Drohne da jetzt befreundet, welche verfeindet ist. Und dann war die Munition alle und jetzt los. Und dann die Bundeswehr halt. Das ist wirklich eine Armee, die wirklich nichts zu gebrauchen ist. Die schickste dann im Roten Meer, die dagegen eine gut organisierte, guerillamäßig organisierte Organisation kämpfen soll, die in diesem Gebiet schon seit über zehn Jahren Krieg führt. Also, das ist sowieso schon gehörnrissig. Also, von Anfang an. Das klingt für mich nach Hotshots. Jeder Expert. Kennst du das für mich mit Hotshots? Nee, nee. Das war so von dem Macher von einer nackten Kanone mit dem gleichen Schauspieler, ne? Das war eine Parodie von Top Gun. Und das klingt sehr nach einem Sketch aus genau diesem Film. Kannst du dir mal anschauen, Alter. Das ist Wahnsinn. Du, man wacht jeden Tag auf und die Welt wird ein Stück Irrer. Ja, aber jeder Experte, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, der sich auch mit so einem Bundeswehreinsatz in der Vergangenheit beschäftigt hat, der sagt dir, also selbst wenn dieses Ziel, was da vorgegeben wird, jetzt realistisch wäre, die Bundeswehr, es bringt nichts, die da hinzuschicken. Die ist dafür einfach, die kriegt das nicht hin, die hat das in vergangenen Einsätzen nicht hingekriegt. Und dann kommt noch dazu, das Ziel ist nicht mal realistisch. Also, wenn du da, also, ich glaube, ich muss diese Situation um jeden mal ein bisschen erklären. Bitte, ja. Die Houthis, die führen da schon seit 2015 Krieg gegen Saudi-Arabien. Dieser Krieg, der war jetzt eigentlich am Auslaufen. Es wurde Frieden verhandelt, also immer mehr Waffenstillstande wurden verhandelt. Saudi-Arabien und der Iran hatten sich angenähert. Und dadurch, ja, war eigentlich die Aussicht darauf, dass der Krieg im Jemen bald endet. Die Houthis, die kontrollieren Gebiete, wo drei Viertel der jemenitischen Bevölkerung leben. Die sind also de facto die Regierung vom Jemen. Die Jure ist immer noch dieses saudische Marionettenregime da an der Macht, was Saudi-Arabien durch seinen Militäreinsatz da, also auch an der Macht halten wollte. Und die Houthis, die haben jetzt angesichts des Israel-Gaza-Krieges gesagt, okay, wir finden es nicht gut, was Israel dank Gaza macht. Wir erklären jetzt Israel den Krieg. Haben sie ein paar Raketen versucht, nach Israel zu schicken. Du weißt, wo der Jem liegt. Du weißt, wo Israel liegt. War nicht so erfolgreich. Ja, ja. Dann haben sie gesagt, okay, bringt offenbar nicht so viel. Dann greifen wir jetzt Schiffe an, die in Bezug zu Israel haben. Also die beispielsweise israelischen Rädern gehören. Und da haben die USA und Großbritannien dann gesagt, der Seehandel ist in Gefahr. Da sind unsere Waren drauf, ja, ja. Ja, böse Zungen sagen auch, dass sie da eine neue Front gegen den Iran erhöhen wollten. Also Joe Biden hat auch schon zugegeben, diese Luftangriffe, die die da jetzt machen, die bewirken überhaupt nichts. Das hat er auf offener Bühne zugegeben. Also die Houthis, die führen, also Saudi-Arabien hat denn diesen Krieg, den es da seit 2015 führt, eine Hungerblockade über das Land verhängt, systematisch zivile Infrastruktur kaputt gemacht, Bodentruppen eingesetzt, radikale Islamisten hochgerüstet. Also wirklich alles, die brutalsten Mitte der Kriegsführung angewandt, über 400.000 Tote und immer noch 70, 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung immer noch von den Houthis. 400.000. Ja, hat fast keiner mitbekommen. Wir liefern doch Waffen aus Saudi-Arabien, die in jedem kämpfen, ne? Ja. Ja. Aber da gibt es günstiges Gas, ne? Ja, aber das liegt an der saudischen Kriegstaktik. Saudi-Arabien will das Land von Lebensmittel abhängig machen und dann selbst die Hilfslieferungen koordinieren, damit die Houthi-Gebiete eben nichts kriegen und ausgehungert werden. Aber die Gebiete, die von der offiziellen Regierung kontrolliert werden, die werden dann von Saudi-Arabien versorgt. Also das ist da mehr oder weniger die Kriegstaktik hinter. Die Bevölkerung dafür bestrafen, dass sie in Houthi-Gebieten lebt und die Houthis so schwächen. Was war der Ursprungsgrund für den Krieg? Die Houthis drohten die komplette Kontrolle. Also die hatten zumindest über die bevölkerungsreichen Gebiete im Westen des Landes schon die komplette Kontrolle. Also die Houthis hatten da eigentlich die Regierung schon nach Saudi-Arabien vertrieben und die hat dann da angefragt, könnt ihr die mal bitte wieder wegbomben? Und Saudi-Arabien hat da gesagt, okay, Houthis, die scheinen sich nicht so gut kontrollieren zu lassen wie das bisherige Regime, was man durch Korruption ziemlich gut unter Kontrolle hatte. Also bomben wir das wieder zurück an die Macht. Hat nicht funktioniert. Also schon das, Saudi-Arabien, der direkte Nachbar, führt mit unglaublicher Brutalität über viele Jahre hinweg einen Krieg. Und es hat absolut keinen Erfolg. Also die Houthis wurden ein bisschen zurückgedrängt, aber auch nicht nennenswert. Ich glaube im Talk mit, du warst auf jeden Fall letztendlich im Talk und hast mit jemandem über das Thema gesprochen. Ich habe heute ein paar Sachen noch von dir angeschaut nebenbei. Da sagtest du ja auch, ah, fuck. Ah, ich habe einen Punkt vergessen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Alles gut. Du hattest aber auf jeden Fall über diese Situation auch in jedem gesprochen. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, hatte quasi Saudi-Arabien einfach davor wirtschaftliche Interessen am Jemen und die Regierungen, die sie da eingesetzt haben. Geostrategisch, okay. Die wollen, dass da ein saudischer Marionettenstaat ist, damit da der Iran keinen Fuß in die Tür kriegt. Ah, verstehe. Aber durch die Annäherung von Saudi-Arabien im Iran bestand da jetzt Hoffnung, dass dieser Krieg langsam ausläuft und es dann da eine nationale Einheitsregierung gibt und der Jemen vielleicht ein neutraler Staat wird. Irgendwas. Also halt, dass das irgendwie friedlich gelöst wird. Oder dass der Jemen halt mehrere Teile aufgespalten wurde. Also das würde jetzt noch länger dauern zu erklären. Der Jemen war im Kalten Krieg in Nord- und Südjemen gespalten. Und die Houthis, die haben sich jetzt im Norden entwickelt und kontrollieren da, wie gesagt, die meisten Gebiete. Und im Süden, da gibt es jetzt Islamistisch. Also Süden war früher kommunistisch. Jetzt sind da vor allem die islamistischen Gruppen, die von Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emiraten hochgerüstet wurden. Und da könnte sich eventuell ein eigener Südjemen dann da abspalten. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber was wichtig für den Kontext ist zu wissen, Saudi-Arabien führt da seit vielen Jahren einen extrem brutalen Krieg und es hatte keinen Erfolg. Und dass der Westen da jetzt bombardiert, natürlich hat das auch keinen Erfolg. Der Westen will da jetzt nur bombardieren und schauen, inwieweit er den Iran irgendwie provozieren kann. Und das ist jetzt bei diesem Bundeswehreinsatz interessant. Dieser Bundeswehreinsatz, der ist nämlich nicht nur auf das Gebiet im Roten Meer, wo die Houthi-Milizen die Schiffe angreifen, ausgerichtet, sondern der geht bis vor die iranische Küste. Du weißt, wo der Jem liegt? Der Jem liegt ja da am Südwesten der Arabischen Halbinsel. Der Iran liegt auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Und bis vor die Küste des Irans ist das Einsatzgebiet dieses Einsatzes. Also, ja, da stellt sich die Frage, wieso ist das Einsatzgebiet so großzügig ausgewiesen? Obwohl man doch nur im Roten Meer an dieser Meerenge rumschippern müsste. Und dann ist das Zweite, da wird ja gesagt, wir verteidigen jetzt den Seehandel. Auch das ist völliger Schwachsinn. Die Houthis, die haben, wie gesagt, zuerst Schiffe in Bezug zu Israel angegriffen. Jetzt, wo die USA und Großbritannien und auch andere Länder bombardieren, greifen sie auch Schiffe an, die in Bezug zu Großbritannien und den USA haben. Was passiert jetzt, wenn Deutschland da ein Schiff hinschickt und eventuell das zu Gefechten kommt? Vor allem ein Schiff. Ja, könnte es dann sein, dass die Houthis diese auch deutsche Schiffe als Ziele sehen? Also könnte es sein, dass wir uns hier zur Zielscheibe machen, um im Dienste der USA den Iran zu provozieren? So hört sich das an, wenn du das so beschreibst. Ja, absolut. Das ist auch ein Grund, warum BSW und die Linke dann im Bundestag dagegen gestimmt haben. Die AfD, die hat dafür gestimmt. Warum? Ja, das ist ja, man beschützt hier den Seehandel und das dient ja deutschen Interessen. Also, dass Deutschland seinen eigenen Seehandel damit zur Zielscheibe macht, dass wir hier die geostrategischen Interessen der USA verteidigen und nicht unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen. Also, man könnte ja so argumentieren, man könnte ja so argumentieren, wenn unsere Marine tatsächlich in der Lage wäre, sag ich mal, für Sicherheit zu sorgen, das ist ganz viel Konjunktiv, dann könnte man ja irgendwo noch nachvollziehen, wie dieser Gedankengang entsteht. Ja? Also, okay, dann könnte man es für argumentieren, aber wenn man dann die Schlagzeilen von heute oder von den letzten Tagen... Ja, das heißt für Sicherheit, deutsche Schiffe sind ja aktuell in Sicherheit, also mehr oder weniger die Houthis, die mögen sich mitunter auch vertun, aber offizielle Ansage ist, wir greifen Schiffe, Zug zu Israel, Großbritannien und den USA an. Nicht immer Zug zu Deutschland. Wenn Deutschland ja Schiffe dahin sendet, dann machen wir uns zur Zielscheibe. Ja, die vereinfachte Annahme wäre zu sagen, hey, die Houthis greifen da unten alles an und deswegen müssen wir damit rein. Ja, natürlich stimmt das nicht. Das ist ja eine Lüge. Also, ich frage mich, also, was heißt, ich frage mich, die Medien berichten halt nicht darüber. Also, es wird so dargestellt, als würden die Houthis da alles angreifen, was da langschirrt. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Ja, und unter einer anderen Argumentation könnte man es ja nicht irgendwie begründen, warum man es tut. Ja, man mischt sich da einen Konflikt an. Ja, man mischt sich da einen Konflikt an, mit dem man nichts zu tun hat. Ich meine, China ist ja auf einen freien Seehandel vor allem über diese Strecke viel angewiesener als Deutschland. Und schickt China da seine Flotte hin? Nein, selbstverständlich nicht. China sagt, das ist ein Konflikt. Wir sind da für friedliche Verhandlungen. Wir machen vielleicht hinter den Kulissen irgendwie Druck, dass das zu einem friedlichen Ende kommt. Aber wir werden Teufel tun, uns da militärisch einzumischen. Was macht Deutschland? Ja, wir schicken da erstmal eine Fregrette hin, die dann eine US-Drohne abschießt. Also, da kannst du dir nur noch einen Topf fassen. Das ist wie zum schlechten Dünnstück. Ich muss mich kaum korrigieren. Sie hat die US-Drohne nicht abgeschossen. Sie hat es versucht. Sie hat es probiert. Es ist so der Wahnsinn. Und das ist in der momentan geopolitischen Weltsituation. Wieso tut man sowas? Einfach nur um den USA zu gefallen. Das kann ja nicht sein. Um die Iran zu provozieren. Ja, ja, ja. Wie gesagt, dieses Gespräch mit der Friseurin heute fand ich sehr interessant. Ich muss es nochmal aufbringen. Ihr Mann arbeitet in der Stahlindustrie. Die bauen Türen und dergleichen. Und was wichtig ist auf jeden Fall, ist, dass sie sehr kleinteilige Stahlsachen bauen. Und die Frau meinte, dass es aktuell in allen Bereichen zu unfassbaren Baustoffengpässen kommt. Wegen dieser Geschichte, also wegen der ukrainischen Meerblockade. Wie schätzt du, sage ich mal, da die Zukunft der Industrie in Deutschland ein? Wie sehr sind wir darauf angewiesen, auf diesen Handelsbereich? So, dass jetzt einige Rohstoffe nicht ankommen und man auch noch Lieferengpässe hat. Die sind ja insgesamt tatsächlich zurückgegangen. Auch weil die Wirtschaft abgekühlt ist. Also gerade jetzt nach der Pandemie. Ja, es gibt es in einigen Bereichen noch. Aber das ist insgesamt sogar zurückgegangen mittlerweile. Okay, das war das. Das könnte jetzt, je mehr die Situation im Brotenmeer eskaliert. Ja, also dass wir dann wirklich Engpässe bekommen, ist unwahrscheinlich. Die Schiffe schippern dann halt um Afrika rum. Die Frachtkosten steigen dadurch an. Es wird ein bisschen teurer, aber es ist jetzt nicht so, dass da dann dauerhafte Engpässe drohen würden. In Kombination mit den steigenden Energiekosten und so weiter wird es wahrscheinlich aber für den Endverbraucher wieder teuer. Ja, definitiv. Vor allem, wenn es da zu einer größeren Eskalation kommt. Wie gesagt, also aktuell ist das ja noch relativ eingegrenzter. Aber so viel, wie die USA da zündeln. Also die USA haben ja auch völlig entgegen des Völkerrechts Milizen im Irak und in Syrien angegriffen. Ach so. Syrien, also da halten die USA ja sowieso schon seit einigen Jahren die Ölquellen dort besetzt und klauen da das Öl, was eigentlich Syrien gehört. Was? Wusste ich nicht. What the fuck? Ja, die USA, die haben ja da die Kurden unterstützt und hatten deswegen ihre Truppen in der Region. Da hat Donald Trump gesagt, so wir ziehen unsere Truppen ab, außer wo die Ölquellen sind, die hätten wir weiter besetzt. Und seitdem halten die USA da wirklich nur noch die Ölquellen besetzt und transportieren das Öl dann in den von US-Truppen besetzten Irak ab. Mit was für einer Begründung tut man das? Also was ist, wenn dann angenommen, da kommt... Hat das Öl, gibt es nicht wieder her. Also das hat Donald Trump explizit so gezeigt. Das ist doch alles eine Seifenoper. Was ist denn, wenn da jetzt ein syrisches Unternehmen herkommt und sagt, moin, also das ist unser Land, servus, wir, syrisches Ölunternehmen, hätten wir gerne. Wie wird es dann Amerika verargumentieren? Ja, wir haben bei euch hier Militäreinsatz geführt und sagen ja irgendwie Sicherheit, die müssen es beschützen vor wem auch immer. Wir haben die Kontrolle, wir haben das stärkere Militär, haltet euch für an. Das ist ganz einfach. Fick dich Amerika, fick dich Amerika einfach nur. Ja, aber im Irak ist man jetzt richtig sauer. Ich meine, das irakische Parlament, das hatte ja vor ein paar Jahren, als die USA dann einen iranischen General schon erwordet haben. Also die hat Soleimani, ich weiß nicht, ob du das mitbekriegt hast. Ich habe das, glaube ich, in einem... Oh Gott, in einem Pispas-Skid habe ich das mitbekommen, ja. Nee, der Pispas, der hatte da schon aufgehört. Echt? Ja, ja. Das war ein ähnlicher Name dann, also mein Gehirn sagt dazu gerade Pispas, dann erkläre mir, da war das was anderes. Ja, das war ein iranischer General, der hat unter anderem den islamischen Staat besiegt, war für iranische Truppen im Ausland zuständig und die USA haben ihn dann als er im Irak zu Besuch war einfach erschießen lassen. Stimmt, da war was, ja. Und da war der Irak schon nicht so begeistert, das irakische Parlament hat schon gefordert, hallo, wir wollen hier keine US-Truppen auf unserem Land, die bringen hier einfach so Leute um, die auf Staatsbesuch sind, was soll das? Ja, ja. Und die USA haben sich natürlich nicht zurückgezogen und jetzt haben die USA da wieder Milizen angegriffen und die Iraker fordern jetzt wieder, äh, verpisst euch mal bitte, wir wollen euch hier nicht haben. Wie kann man das irgendeine Art und Weise gutheißen? Einfach nur nicht, weil darüber, also weil darüber nicht berichtet wird, oder? Ich meine, sowas muss man ja mitbekommen. Das sind diese Milizen, die haben eine Verbindung zum Iran und dadurch darf man sie angreifen. Ja, weil Iran böse. Ja, ja. Ich sag doch, die USA zündeln in dieser Region, wo es nur geht. Also, gleich nachdem der Gaza-Krieg gewonnen hat, haben sie ein eigenes Kriegsschiff in die Region geschickt und erstmal Hisbollah, Iran und alle anderen da, die irgendwie gewagt haben, aufmöglich zu werden, mit Krieg bedroht. Also, dass man da jetzt die Houthis angreift, das ist sozusagen auch die Konsequenz, wenn wir mit Krieg drohen, dann müssen wir das auch umsetzen, ganz egal, ob das jetzt in der Realität was bringt oder nicht. Okay, einfach nur, um unsere Machtpositionen zu verdeutlichen. Ja, ja, damit sich kein anderer traute, aufmöglich zu werden. Ich frage mich, wie kann es, also was muss passieren, dass die USA ihre Rolle in der Welt, diese Machtposition verlieren und damit die nicht mehr so frei das tun können. Weil, ich bin der Meinung, wir Menschen wissen natürlich alle gleich viel wert. Und deswegen interessiert es mich natürlich auch, was in solchen Ländern passiert. Also, wenn in Jemen geschossen wird oder in Irak geschossen wird, dann interessiert mich das genauso, wie wenn hier geschossen werden würde, weil es einfach scheiße ist, vor allem aus solchen Gründen. Gibt es irgendeine realistische Perspektive, dass solche, sag ich mal, pseudodemokratischen Interventionen nicht mehr passieren? Also, es gibt, also die USA haben diese Machtpositionen, vor allem, weil sie ja andere westliche Länder haben, die eben überall blind hinterher trotten. Das sind im Wesentlichen Japan, Südkorea, Singapur, Australien, Neuseeland und die restlichen und dann ganz viele europäische Staaten. Also, der kollektive Westen, das sind die, die immer mit den USA in der UN-Generalversammlung stimmen, die zum Beispiel Teil der NATO sind, die letztlich immer hinter den USA stehen, ganz egal, ob es in ihrem eigenen Interesse ist, die auch Wirtschaftskriege gegen andere Staaten beginnen, ganz egal, ob das jetzt in ihrem Interesse ist und die auch hinter solchen amerikanischen Süddelein dann hinterstehen. Also, wie gesagt, beim Geben, da schickt Deutschland jetzt eigene Kriegsschiffe hin, zusammen mit anderen EU-Staaten. Aber da hätte man auf ein Verbrechen des Westens spekulieren können, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Du siehst ja, also, 20 Prozent unserer energieintensiven Industrie sind weg und wir führen diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland jetzt immer noch weiter. Also, zu unserem massiven eigenen Schaden sind wir bereit, hier die Interessen der USA zu vertreten. Also, das halte ich für unwahrscheinlich. Die USA könnten relativ gesehen wirtschaftlich absteigen, das passiert ja schon seit Jahrzehnten. Vor allem China und mittlerweile auch Indien haben ein höheres Wachstum als die USA. Dadurch werden sie langfristig immer stärker global. Dadurch können sich die USA letztlich immer weniger erlauben. Aber aktuell sind die USA... Da ist eine interessante Frage auch. Pass auf, du hast sicherlich das Putin-Interview von Taka Carlson gesehen, ne? Da haben wir auch die vollen zwei Stunden reingezogen. Ich fand den Part über Wirtschaft sehr interessant, da hätte ich gerne deine Meinung dazu gehört. Putin meinte, dass der Dollar sich auf dem absteigenden Ast befindet aktuell. Das mag jetzt Propaganda sein oder das mag jetzt taktisch angebracht sein, weil viele... Ja, stimmt, das stimmt. Weil viele Länder eben den Dollar aus ihren Transaktionen irgendwie ausschließen oder jetzt in anderen Währungen handeln. Ja, aber tatsächlich, der Dollar in den Transaktionen im SWIFT, also dass er sich insgesamt langfristig betrachtet im Abstieg befindet, das stimmt. Aber bei den SWIFT-Transaktionen, da ist Anteil des Dollars sogar auf den Rekord hochgestiegen. Und dreimal darfst du raten, warum. Wahrscheinlich wegen dem Ukraine-Krieg, oder? Ja, aber warum? Welche Währung ist da weggefallen? Welche Währung ist da... Der Robel. Nein, der Euro. Nicht? Der Euro. Das habe ich nicht mitbekommen. Ist der Euro nicht mehr Teil vom SWIFT-System, oder? Doch, aber der Bedeutung des Euros kollabiert. Also wir Europäer beteiligen uns doch an allen Wirtschaftssanktionen und uns treffen die viel, viel härter als die USA. Und wir haben auch die russischen Zentralbankreserven eingefroren. Das heißt, jedes Unternehmen, das seine Geschäfte in Euro gehandelt hat, dem muss jetzt klar sein, dass der Euro keine Alternative zum Dollar ist. Alle Sanktionen, die die USA erlassen, die werden wahrscheinlich auch von den Europäern erlassen werden. Die Europäer scheren sich genauso wenig um Eigentumsrechte wie die USA. Das heißt, die Unternehmen, die bisher auf Euro als Alternative zum Dollar gesetzt haben, oder auf den Yen, für den Yen geht das gleiche, aber der Yen war ja sowieso schon unbedeutender. Ja, die müssen jetzt auf beispielsweise den Yuan umsteigen. Also die haben quasi, der Euro ist als Alternative damit weggefallen und deswegen ist seine Bedeutung derart kollabiert. Dazu kommt noch, dass dieser Wirtschaftskrieg halt die EU viel, viel härter trifft als die USA. Was auch, so böse Zungen behaupten ja, das wäre ein Grund, warum die USA das so vorangetrieben haben. Aber das sind Verschwörungstheoretiker. Um uns klein zu halten, meinst du? Ja, das sind Verschwörungstheoretiker, wenn sowas behauptet. Verstehe, verstehe. Man muss auch färzhalber sagen, es sind ja superkomplexe Sachverhalte. Also für den Otto-Normalbürger sind solche Zusammenhänge absolut nicht zu erschließen. Also kann man jetzt mal davon ausgehen. Das heißt, sowas überhaupt mitzubekommen oder so gesamtgeopolitische, sag ich mal, Motive zu erkennen. Da bedarf es jemandem wie dich, dem man dann fragt, hey, Agi, wie schaut's denn aus? Was hältst du davon und davon? Aber das macht Sinn, was du erzählst. Die Frage ist, wie kommt man aus der Geschichte raus? Ich meine, die Thematik NATO-Austritt wird ja öfters diskutiert in der letzten Zeit, weil die NATO ja ein verlängerter Arm, oder zumindest in der Blase wird die öfters diskutiert. Ich sehe das öfters mal aufkommen. Weil die NATO ja auch irgendwie durch die Connection zu der USA ein bisschen, sag ich mal, viele Verpflichtungen hat, die uns mit in die Scheiße reiten, wenn was passiert. Letztens mal ganz salopp gesagt. Wie siehst du die Perspektive wirtschaftlich, außer NATO auszutreten, vielleicht auf eine andere Währung umzusteigen? Würde das irgendwie helfen? Es ist ja keine Währung, die NATO. Ja, natürlich, aber zu NATO zähle ich EU und dazu zähle ich Euro gedanklich. So, ja, das sollte es, glaube ich, trennen. Also die EU, die macht zwar gerade die gleiche Politik, aber die EU, die könnte ja theoretisch, also inwieweit die aktuelle EU, also brauchen wir nicht drüber reden, die ist erstmal in der katastrophalen Verfassung und zweitens ist die nicht sonderlich demokratisch organisiert, da müsste man bestimmt sehr viel reformieren. Aber in der EU läuft alles nur so schlecht, weil die Nationalstaaten entscheiden, dass das so läuft. Also die europäische Außenpolitik, die ist so amerikahörig, weil die Nationalstaaten das so entscheiden. Wir könnten eine andere europäische Außenpolitik machen, wie wir das wollten. Ob wir das jetzt im Rahmen der EU machen oder was Neues gründen oder die EU jetzt reformieren und sie dann umbenennen, das ist dann, wie gesagt, ich halte die EU für extrem reformbedürftig, aber dass es ein vereintes Europa geben sollte, was kollektiv handelt, was vor allem eine gemeinsame Außenpolitik macht und bei vielen wirtschaftlichen Fragen kooperiert, das halte ich für unabdingbar, weil man sonst in dieser Welt untergeht. Ja, vor allem, wenn man die Großmächte betrachtet, China, Russland, Amerika, vor allem wirtschaftlich betrachtet, wenn wir uns da splittern würden, würden die uns fressen, wie auch immer das passieren würde. Jetzt nicht unbedingt von Landesgrenzenerweiterung, sondern wirtschaftlich einfach. Das wäre auch eine, ich meine, möchtest du noch weiter ausführen, weil dann hätte ich nämlich noch eine Folgefrage. Ja, frag ruhig. Okay, wie gesagt, alles aus einer Perspektive von relativ wenig Ahnung. Jetzt angenommen, Europa wird sich jetzt geschlossen hinstellen und sagen, okay, die Außenpolitik, die Wirtschaftspolitik von Amerika ist mit unseren Werten nicht mehr tragbar. Wir wollen uns da, wir wollen uns trennen nach jahrelanger Ehe, wollen wir uns scheiden lassen. Glaubst du, das würde zur Folge haben, dass wir in Konflikte noch eher reingeraten würden oder dass es noch unsicher auf der Welt werden würde? Du meinst es mit den USA? Ja, der Sturmhaube macht, der Sturmhaube sagt mir in den Chat. Das ist so klassisch. Macht ihr mal da weiter. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, du siehst es ja bei Ländern wie der Türkei. Die können sich, oder sogar Israel, also die können sich aus den westlichen Sanktionen gerade raushalten, aus diesem Wirtschaftskrieg raushalten, ohne dass sie jetzt von den USA bekämpft werden würden. Also, die USA, die haben schlichtweg nicht die wirtschaftliche Macht, um jedes Land auf ihren Kurs zu zwingen. Sie profitieren wirklich davon, dass wir Europäer so eine hörige Politik machen. Ich denke mir halt, bei Israel und so, vielleicht ist einfach die Position von Israel in der Welt nicht so wichtig für die USA. Ich meine, allein die geografische Position von Europa als Puffer zwischen ihrem großen Feind, Russland, ist doch allein schon mal interessant, um uns quasi zu kontrollieren als Verbündeten. Ja, aber wir sind wirtschaftlich zu bedeuten. Da kannst du keinen Handelskrieg gegen die ganze Welt führen. Also, die USA, die haben ja schon Handelskrieg gegen China gebrochen, jetzt Wirtschaftskrieg gegen Russland, führen schon seit längerem Wirtschaftskriege gegen kleinere Staaten wie Iran, Nicaragua, Venezuela. Also, machen die USA ja das Häufigeren. Die Zahl an Sanktionen, die die USA und andere westliche Staaten lassen haben, ist extrem nach oben gegangen. Also, dass die USA dann noch was gegen Europa beginnen, das ist völlig unrealistisch. Die USA würden sich dann, vielleicht mit einem Gezeter, vielleicht würden sie noch einige überflüssige Kriege führen, um noch ihren Einfluss in bestimmten Regionen aufrechtzuerhalten. Aber die USA würden sich dann mit der multikularen Weltordnung abfinden müssen. Sie hätten dann gar keine andere Wahl mehr. Kann ich mir gut vorstellen, wie eine toxische Beziehung, die zu Ende geht. Also, USA mit der Welt. Dass sie nochmal so richtig versuchen würde, auf die Kacke zu hauen. Ja, die USA, die können eben so aggressiv sein, weil, wie gesagt, vor allem die europäischen Staaten bedingungslos hinter allem stehen, was sie machen. Wenn die europäischen Staaten sich da rauswinden würden, dann würden wir auf eine multipolare Weltordnung zusteuern. Und da könnten wir unsere eigenen Interessen vertreten. Also, wir sehen ja gerade, wie diese Beziehung uns massiv schadet. Man konnte vielleicht noch vor fünf Jahren argumentieren, ja, okay, die USA, die schützen uns ja auch. Okay, konnte man eigentlich nicht. Aber die USA, die bringt uns zumindest keinen Schaden, wenn wir so gute Beziehungen zu denen haben. Also, warum jetzt dieses gute Verhältnis da kaputt machen? Also, wie gesagt, jetzt 20 Prozent der energieintensiven Industrie abgewandert, zwischen 2020 und 2022 die Reallöhne um über fünf Prozent gesunken. Also, das ist zumindest für Deutschland eine absolute Katastrophe gewesen. Da kann man jetzt nicht mehr davon reden, dass diese Beziehung uns irgendwie nützen würde. Also, vor allem aus diesem Wirtschaftskrieg müssen wir uns unmittelbar herausfinden. Und das ginge auch. Was hältst du von der Idee, dass wir nicht aus der NATO austreten, sondern USA aus der NATO schmeißen? Ja, das BSW, das fordert ja tatsächlich ein kollektives europäisches Sicherheitssystem unter Einbezug Russlands. Und das ginge wahrscheinlich nicht mit den USA. Das fände ich auch interessant. Da hat sich Putin auch zu geäußert, zu genau dieser Idee, zu einem europäischen Sicherheitsnetzwerk, einem Raketenabwehrschirm, den man zusammen mit Europa bauen würde und so weiter und so fort. Da gab es anscheinend Gespräche. Ich spreche jetzt nochmal auf das Interview an von Tucker Carlson und Putin, weil da wurden ja sehr, sehr viele Dinge besprochen. Mal abgesehen von der halbstündigen Geschichts-Session am Anfang. Die war sehr interessant und da musste ich auch nicht schlecht gucken. Das klang frei vorgetragen. Sehr, sehr heftig. Aber da hat auch Putin gesagt, hey, pass mal auf, es gab die Gespräche darüber, wir wollen gemeinsame Sicherheitsstruktur schaffen. Mit Europa, mit Amerika. Ja, wir saßen auch mit Vertretern am Tisch. Ich weiß nicht mal, mit welchem Präsidenten am Tisch saß. Vielleicht mit Bush oder sonst was. Und dann wurde von den militärischen Beratern des Präsidenten, welcher das auch immer jetzt war, wurde ihm gesagt, nö, das machen wir nicht. Also ich finde halt interessant, dass die USA sich gegen diese Idee schon gestellt hat, obwohl ja eigentlich der Ursprungsgedanke von einer Vereinten Welt oder einer Vereinten, von einem Vereinten Sicherheitsnetz auf der Welt eine schöner ist, oder? Keiner Vereinten Welt. Das wäre eine vereintliche, nördliche Zivilisation gewesen. Oder so, ja. So präzise, ja. Stell dir das mal vor, Russland wäre Teil dieses Westens gewesen und die USA wären ja dann immer noch deutlich Hegemonialmacht gewesen. Also daran hätte sich ja dann auch nichts geändert. Und diese vereinte westliche Welt unter einem Bezug Russlands, unter einem Bezug dann auch noch der zentralasiatischen Staaten, unter einem Bezug der Türkei, die würde sich dann jetzt China entgegenstellen. Also dann hätte sich die unipolare Weltordnung vielleicht noch eine ganze Zeit länger angehalten. Also rückblickend war es vielleicht aus amerikanischer Sicht sogar ein strategischer Fehler, dass man Russland damals nicht in den Westen hat kommen lassen. Stimmt, ja. Weil man dann den großen Konkurrenten China heute vielleicht nicht in diesem Ausmaße hätte. Ja, und jetzt kriegt China billige Rohstoffe aus Russland und kann damit sein Wachstum weiterfinanzieren. Also Russland richtet gerade seine gesamte Infrastruktur gegen China aus. Da werden Investitionen im Wert von 100 Milliarden Euro betätigt. Ich wollte gerade fragen, irgendwas gelesen letzt, dass von China jetzt logistische Mittel nach Russland an die Grenze kommen. Also Schienen, LKWs, Flugzeuge und die ganze Geschichte. Ja, die Handelswege, die müssen umverlegt werden, definitiv. Ja, natürlich, ja. Man muss sich halt fragen, wenn, wie du schon sagtest, dass die Wirtschaftssanktionen uns mehr schaden als ihnen, was ist jetzt, wenn die sich jetzt mit der größten Wirtschaftsmacht der Welt verbünden? Ja, das machen sie ja schon. Ja, eben, genau. Aber wie willst du es dann vor deiner Bevölkerung noch rechtfertigen, diese schlimmen Sanktionen aufrechtzuerhalten? Nur Moralisierung, da werden wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, ne? Genau, genau. Diese Moralisierung, die führt halt dazu, dass du deiner Bevölkerung irgendwelche Maßnahmen verkaufen kannst, die nicht in ihrem Interesse sind, die nicht mal in unserem Interesse sind. Und ja, bei den Politikern, da weißt du letztlich nicht, ob die, also manche sind vielleicht sogar so ideologisch verblendet und glauben an den Unsinn, den sie da erzählen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also wenn die Politiker wissen, das ist nur so eine zynische Erzählung, um die dumme Bevölkerung bei der Stange zu halten, dann ist das besser, als wenn die Politiker ernsthaft an diese Werte glauben. Wenn sie nämlich ernsthaft daran glauben, dann sehen sie Russland wirklich als Feind, der besiegt werden muss und dann erhöht sich die Kriegswahrscheinlichkeit Richtung Atomkrieg extrem. Also ich hab's ja schon gesagt, ein gerechter Krieg, der ist viel brutaler als so ein, ja. Weil man ja nicht mit Logik argumentiert hat. Ja, ja. Da sagst du was, ja. Ich hatte es vor allem in der aktuellen geopolitischen Lage gerade ist wirklich nicht die Zeit für eine moralisch aufgeladene Politik. Ich denke mir halt vor allem, wie argumentiert man es dann der eigenen Bevölkerung gegenüber? Sagt man dann, ja, du kannst in deiner Wohnung sitzen und frieren und Hunger haben, aber du kannst dich wenigstens gut dabei fühlen oder wie? Ja, und selbst da, wo man es mit den eigenen Interessen begründet, also wie gesagt, jedem, da sagt man ja sogar, das ist so ein Seeweg freizuhalten, selbst da ist das absoluter Quatsch. Also man kann da der Bevölkerung irgendwas erzählen, man kann da im Bundestag irgendwas erzählen und wie gesagt, selbst AfD stimmt zu, obwohl das, bin ich ja vorhin schon eingegangen, überhaupt nicht der Realität entspricht. Also du kannst wirklich, da die Medien ja über nichts vernünftig berichten, den Leuten alles erzählen. Das wollte ich gerade sagen, also das ist eigentlich an Dreistigkeit nicht zu überbieten, dass man solche Informationen vorenthält, weil wenn man diese Informationen nicht vorenthalten würde, wären ja die kompletten Aktionen im Kontext der objektiven Informationen ein kompletter Humbug. Und da würde die Bevölkerung natürlich auch mit Rechtern aufstehen und sagen, was macht ihr mit unseren Steuergeldern, mit unseren Leuten, mit dem Ruf unseres Landes so. Mit den Houthi-Rebellen hatten wir vorher keinen Stress. Die Houthi-Rebellen hassen uns jetzt wahrscheinlich. Iran wird wahrscheinlich auch mit uns Stress machen, wenn das jetzt alles so abläuft, wie du es gesagt hast. Iran ist von den Europäern schon enttäuscht genug. Also die hatten ja diesen Atomdeal mit uns geschlossen und die USA haben den dann einseitig aufgekündigt. Also Iran hatte sich an alles gehalten. USA haben gesagt, wir haben den vor drei Jahren unterschrieben, trotzdem keine Lust mehr, uns weiter daran zu halten. Wir kündigen den jetzt auf. Und da hat der Iran darauf vertraut, dass wir Europäer weiter Handel damit treiben. Und was haben wir Europäer gesagt? Ja, wir können ja mal gucken, was ist passiert. Die Unternehmen haben natürlich alle Angst, dass sie aus dem US-amerikanischen Markt ausgeschlossen werden. Also Handel zwischen Europa und Iran ist zusammengebrochen. China füllt die Lücke. Also wir Europäer, wir haben da auch einen Schwanz angezogen. Auch das war schon gegen unsere Interessen. Lange nicht so massiv, wie das, was jetzt mit Russland passiert ist. Aber schon da hätten wir eine eigene Position bewahren müssen. Also schon da hat sich gezeigt, wie irratisch die amerikanische Außenpolitik ist. Ja. Ich finde es super wichtig, dass wir schauen, dass wir vielleicht andere Parteien irgendwie ranbekommen. Ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich das BSW wählen kann. Weil bis jetzt alles, was ich vom BSW gehört habe, klingt ja wirklich vernünftig. Vor allem in diesem Bereich Außenpolitik. Also allein, dass du da auch schon Vertreter von bist, sagt ja auch erst mal viel über die ganze Geschichte aus. Du kriegst jetzt nicht einen falschen Hals, aber ich denke, du hast da vernünftige Ansichten, weil du sehr, sehr objektiv rangehst und nicht moralisch. Und das finde ich gut. Ja, was heißt objektiv? Das ist halt meine Sicht trotzdem noch. Natürlich, natürlich, ja. Sagen wir es, vor allem du bleibst präzise, bestes Beispiel war gerade eben dieser Satz gerade. Was ich sagen möchte, ich mag es, wenn man das Ganze nicht moralisch verpackt, weil ich keinen Bock mehr auf Ideologien habe. Deswegen. Ich freue mich drauf, dass da jetzt eine Alternative gibt und wie gesagt, ich freue mich auch, dass wir in unserer Bubble mittlerweile alle so kommunikativ miteinander sind. Es macht sehr viel Spaß. Ja, definitiv, definitiv. Es macht sehr viel Spaß. Ich danke dir auf jeden Fall auch heute für das Gespräch. Das war mir eine Ehre. Gerne wieder. Ich versuche mich das nächste Mal ein bisschen besser vorzubereiten. Ansonsten hacke ich hier die ganze Zeit so mit Notizblock. Wenn nicht, reagieren wir mal irgendwo zusammen drauf. Das kann man bestimmt auch mal machen. Da haben wir dann zwei verschiedene Perspektiven. Einmal der komplett berechnende und ich sitze hier. Komplett am Töten. Das war schön heute. Das war schön heute. Ich danke dir. Ich kümmere mich jetzt mal um meinen Chat, weil hier passiert auch kompletter Humbug. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao, ciao.